Ah, er ist da, er ist zurück. Ey, nein, 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 ey! Der, der, der ist nicht. Chill. Obwohl, ah ne, du hattest, ey, äh. Also, sag mal. Ich hasse diesen Typen, was ist denn mit dem... Einen floschigen guten Tag wünsche euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. TTT auf dem meinsucht.net-server. Mit unserem besten Freund, den Dev7, äh, kannst du mal stehen bleiben. X oder Phantom 226 mit 3,2 Millionen Abos. Natürlich hier super bekannt. Ähm, könnt ihr mir noch was üblich, übrig lassen? So, wer... Ey, ey, nein, 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 Rocco! Ich bin so sauer auf dich! Ah, Digga, mein Traitor nimmt mir, kacke ihm. Es ist belastend. I do not wish to be horny anymore. Ah, Moment, ich glaub, äh, meine Minecraft-Runde geht los. Ah, ach so, ja, und ich hab, äh, vergessen, meine Facecam aufzunehmen. Deswegen machen wir es jetzt im Nachhinein. Ähm. Na, schon, guten Tag, da bin ich, ne? Bitte bring mich nicht um. Um, rei. Dankeschön. Ja, äh, jetzt auch meine Facecam an. Bitte bring mich nicht um, ich bin gut. Oh, Ice-Teddy ist gestorben. Die Folge kriegt ein Like. Das gibt eine Anzeige. Zuschauer hassen diesen Trick. Stonks. Guckt mal, ich bin auch nicht super, ne? Jetzt sind wir schon zwei. Und einen Bogen hab ich auch noch. Krass, wie cool ich bin, na? Bist du auch so cool, ne? Hm. Sagt, obwohl, ne, aus so einer Höhe stirbt man nicht, oder? Weil sie ist ja jetzt eigentlich AFK. Sie wird überhaupt nicht mitkriegen, wer sie umbringt. Oh, ich wollt grad sagen, ob sie sich weg-teleportiert hat. Aber mit nem Geist-Supporten. Drei Euro. Drei Euro. Drei Euro und du darfst weiterleben. Stonks. Äh. Okay, komm her, dann geb ich dir Bar. Ja, klar, Bar geht auch. Hier krieg ich jetzt meine drei Euro. Scheiben, Geister. Gut, an diesem, ähm, Geschäftsmodell muss ich noch arbeiten. So, viele Random-Killer hier. Aber ich, Mann, bitte, No-Ban, schäm dich. Was musst du auch immer hier die Leute einfach umbringen, die dich umbringen wollen. Du bist nur am Random-Killen. Schäm dich. Oh, habt ihr das gesehen? Ich bin richtig stolz auf mich. Also, ich freu mich. Der Teddybär, Puma from Africa. Ähm, ich will mit, äh, illegaler Tierauswanderung nichts zu tun haben. Bitte, verschont mich. Ah, die drohen sich hier sogar mit Aufnahmen. Cool, kann ich jetzt auch drohen? Irgendwie Geld-Erpressung? Nein, nein. Ich glaub, der illegale Puma hat... ... ... ... ... ... ... ... ... Also, ich fass dich. Guck mal, ich setz mich sogar vor dir hin. Boah, cool. Moment, hier. Ähm. Hier, Moment, Moment, Moment. Warte. Warte. Hier. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. So, und dann machen wir noch ein bisschen Shake the Body. Äh, Body. Und. So. So, sowas Unhöfliches. Da will man... Ey! Ne, 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 ne. Hab ich ihn einmal getet? Äh, ich glaube er nicht. So, Werbhex einmal noch und du kriegst ein Report. Ey, ja, bitte. Dann kann ich ihn einfach bannen lassen dafür, dass er mich umgebracht hat. Ne, doch. Ja, doch, er hat mich umgebracht. Erst war es versuchter Mord. Dann hab ich, äh, versuchte Körperverletzung. Dann war es Körperverletzung und dann war es Mord von seiner Seite aus. Zum Glück schreibe ich nicht das, äh, Protokoll dafür. Guck mal. Willst du ein Holzschwert? Ist gerade circa ein Dollar auf dem Marktwert. Kriegst du vielleicht sogar für zwei Dollar weg. Wenn du dich nicht dumm anstellst. Ey, 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 ey. Ob ich jetzt hätte schlagen sollen? Was ist denn mit dem hier? Ach, komm, Geranimo, oder? Ah, er ist da, er ist zurück. Ey, nein, 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 ey. Der, der, der ist nicht. Chill. Obwohl, ah, nee, du hattest, ey, äh. Also, sag mal. Ich hasse diesen Typen. Was ist denn mit dem? Ich hasse das Spiel! Nö, nö, ich nehm, nee, das nehm ich nicht an. Nö, nee, nee, nee. Nö, das nehm ich nicht an. Und zwar mache ich jetzt diesen hier. Geh in die Hall of Fame. Wenn ihr wissen wollt, äh, wo man die finden kann. Schaut gerne mein Lobby-Rätsel-Video an. Und dann hier die kleine Putzkraft Rocco. Seid neuesten eingestellt. Mit, ist das ein Osterei? Ja, nö, das nehm ich mir jetzt mit. Dafür, dass du mich halt vorhin vom Turm geschmissen hast. Oder, nee, hat er mich? Ach, egal, ich nehm trotzdem seinen Osterei mit. Mehr Schokolade für mich, ne? Und dann, weil ich, äh, ja. Würde ich sagen, was mit dem heutigen Video. Ich bin auf jeden Fall sehr heiß, muss ich sagen. Wenn ihr das auch so seht, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten nehmen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und schaut. Leute, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Sonst gibt's leider, äh, nächstes Ostern keine Schokolade. Schade. 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 Die Musik.